hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von idle clans und ich habe heute so eben also jetzt ist der 30 6 und zwar abends habe ich also heute vormittag habe ich das gemacht und zwar ein premium mitgliedstoken zum kauf eingestellt gehabt das könnt ihr hier drunter machen und dann sieht man was es so wert ist und dann geht man hier auf kaufangebot möchte gerne das hier kaufen und dann sieht man wie viel angekauft werden das kann man dann anpassen sagen wir mal wenn du das kaufen möchtest was ich eingegeben habe übrigens muss man hier die punkte nicht zählen oder wie viele nullen und sowas das wird hier unten noch mal angezeigt habe ich dann eingegeben tag so viel so viel habe ich ausgegeben für mein token damit ich über den anderen stehe aber das ist tatsächlich etwas wo mehr schon wieder gekauft haben bzw andere die war haben auch für 28 millionen und der eine ist jetzt schon wieder ein bisschen beim preis runter gegangen das heißt es wurde gut was verkauft jedenfalls habe ich mein token und der token ist für eine prämie freischaltbar und kann nicht gehandelt werden bis er für eine million gold freigeschaltet wird das heißt wenn ich jetzt für eine million freischalte kann ich ihn handeln ich möchte aber aktivieren du hast premium freigeschaltet du hast nun dauerhaft vollen zugriff auf premium funktionen nur zur information ich bin nebenbei am kämpfen ich sammle nämlich den nächsten edelsteine für meine werkzeuge die ich aufwerte das mal auch selbst ja man kann sich die hohen kaufen aber ich habe ja sehr lange jetzt gold gefarmt bzw gesammelt um eben halt mehr premium zu kaufen man kann es für 999 zwar kaufen aber wenn es doch diese in game funktion gibt dass man diesen token also auch premium dauerhaft kaufen kann mit in game währung warum sollte ich dann echt geld ausgeben das können ja dann andere machen und die profitieren dann von dem gold was ich den gebe weil so an sich kann man hier nicht wirklich was mit gold bzw oder sowas ankaufen man hat tatsächlich das das nächste was ich übrigens haben wollte ist können eine unbegrenzte allzahl von boss schlüsseln erhalten diesen token boss jäger kann man auch kaufen das zeigen zeige ich euch auch noch mal wie viel der kostet boss jäger token so der ist etwas billiger und ich denke den kriege ich nächste woche vielleicht wenn es klappt ich bin vorsichtig optimistisch ich habe zu 2,2 millionen ist halt übrig geblieben also ich dachte eigentlich so mit 30 millionen und dann versuchen wir ein token zu kaufen also premium token hat früher funktioniert 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 ich bin sehr happy so momentan jage ich den roten drachen für überlegen edelstein wie gesagt für meine werkzeuge und schadensberechnung kann ich jetzt mal anklicken ging ja vorher nicht weil es premium ist beziehungsweise war immer nur und jetzt gucken wir mal fast 80 prozent für die tötung pro stunde 124 das müssten wir versuchen zu erinnern aber wir sind ja dran wir leveln wir sind dran wir sind dran geschätzt goldbruchstunde in beute sind auch immer weiter werte ok ja aber wir haben somit auch jetzt die anderen sachen hier freigeschaltet die uns auf jeden fall auch weiterhelfen werden und uns unserer gilde auch beziehungsweise unserem klaren denn in unserem klaren ist es so dass wir ja hier der durchschnitt sind beziehungsweise haben und dieser durchschnitt ist zum beispiel wichtig wenn wir hier aufrüstung und sowas machen möchten der durchschnitt zum beispiel beim braun ist bei 70 damit tränke länger halten dann haben wir hier zum beispiel wieder welche die auch noch nicht erreicht sind und hier hinten haben wir noch welche und hier auch noch laufen zum beispiel haben wir schon auf 60 das ja cool chance eine schüssel nicht zu verbrauchen wenn man einen boss hülle betritt also wir haben fast alles hier im grünen bereich aber eben halten noch nicht alles und daran kann man jetzt auch super arbeiten momentan sind wir aber hier dran noch auszubauen wir haben noch zwei komplett gesperrte und an dem hier arbeiten wir gerade beziehungsweise an baumfällen und zimmerei bei zimmerei bin ich schon bei 83 baumfällen da müsste ich mal rot landwirtschaft kann ich ja jetzt auch machen dann kann ich auch das braun richtig anfangen aber dafür brauche ich da schon auf 33 weil im clan mann sammler event machen kann und da taucht auch landwirtschaft auf und auch wenn du kein prämium hast kriegst du trotzdem die xp für diesen skill kann sie nur nicht anwenden das ist alles ich hätte gerne mal die wöchentlichen aufgaben wäre schön aufgabenschrift rolle aktivierbar für den aufgabenmacher rang der zusätzlich tägliche aufgaben und aufgabenwechsel bietet also auf jeden fall den boss jäger den brauche ich brauche ich noch den token kann man sich auf jeden fall noch gönnen und wie gesagt das ist ja alles in game währung da muss ich kein echt geld rein kloppen was ja nice ist wirklich so im laden freigeschaltet premium jung schon zeigt mal was hast du denn mir bis jetzt gegeben ach ja und übrigens was jetzt auch sehr sehr geil ist und zwar verzauberung um verzauberung machen zu können brauchst du bestimmte level voraussetzungen und gewöhnliche verzauberung braucht moment das das ist magie ich muss magie können also die ganzen schrift rollen diese ganze verzauberung sowas das hat ein anderer charakter von mir aber ich muss 20 magie können das heißt ich brauche magier starb oder sowas und müsste den aufwerten damit ich da eine weile mit kämpfe ich will ja unabhängig bleiben von anderen und so und im moment finde ich das jetzt gerade nicht so cool wartet mal der war doch für irgendwas speziell ne braun ja der der lohnt sich jetzt bei mir den könnte man aufwerten oder irgendwas machen könnte man den aufwerten und verlassen wir den kampf mal und holen uns einen ganz niedrigen stein und da gibt es auch den normalen stab vielleicht gibt es ja den also dass das also den zweimal den einmal bitte also die wahrscheinlichkeit dann dass da was droppt und sowas ist ja noch recht gering deswegen gucken wir einfach mal gleich ich verkaufe das ganz kurz mal so was passiert denn eigentlich wenn ich sortieren klicke ich habe das doch mal so gemacht wie ich das gerne hätte genau die kisten werden wir auch bald öffnen das sind jetzt schon mittlerweile 50 stück ich wollte aber warten wir sich 100 oder so hat mal gucken um dann mal einen ganzen batzen rauszuhauen und ich wollte sie sowieso noch nicht öffnen wenn ich noch kein premium habe weil es einen unterschied glaube ich macht wegen den credits wie viel man kriegt dann ausgeöffneten kisten bin mir aber nicht sicher so dann haben wir das erst mal oder ich kaufe mir eben ein damit ich direkt hier leveln kann das problem ist ich habe die falsche rüstung an ich werde den wahrscheinlich nicht da umkriegen so wie ich ausgerüstet bin magier stärke 26 genauigkeit minus 1 ja das ist die rüstung die minus reinhaut die haben nichts extra die haben nichts extra es wäre komplett diese rüstung die beiden teile werden noch geil kurz 25 flach sammeln also ich werde auf jeden fall jetzt gucken dass ich erstmal bus teil und sowas alles kriege und ich muss aber gleich gleich ist schon wieder also in zehn minuten ist wieder kampfevent und sowas alles da könnte ich eigentlich mit dem stab darum fuchteln vielleicht lebt das dann ein bisschen vielleicht 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 aber auch nicht ja doch machen wir wir werden jetzt versuchen noch vorher aber rüstung zu machen nämlich nicht nacki da mäßig da rein gehe ja ja so machen was wird schon werden oder so ähnlich okay gut dann werden wir erstmal magie machen schade dass es davon abhängig ist das heißt rein krieger jetzt erstmal wieder die ganze zeit spielen ist nicht sondern erstmal ein bisschen magie hoch machen damit ich die anderen sachen verzauern kann cool also bis dahin macht's gut tschüss